Realität ist Verhandlungssache, Mysterien, Mindfuck und Magie, der Podcast aus der Zwischenwelt mit Bernhard Reiche und Rudolf Stark. Die letzte Sendung für das Jahr 2019. Traditionellerweise wieder ein Jahresrückblick bei Reiche und Stark. Und mir ist aufgefallen, die ganzen letzten Podcasts haben wir fast ausschließlich Rum getrunken. Ja. Unter Traditionsliebe beginnen wir aber trotzdem mit einem Whisky. Obwohl wir auch einen Rum haben. Wir haben in letzter Zeit wieder einiges geschenkt bekommen. Das ist ein Whisky eines Klienten von mir, ein Glenmorangie, 18 Jahre alt. Wir haben den schon mal, also nicht den, aber den gleichen. Den gleichen, aber nicht denselben. Haben wir schon mal verkostet. Und der ist hervorragend. Aber man weiß ja bei diesen Single Maltes nie, also da ist ja jede Abfüllung immer so minimal anders. Bin gespannt. Der war im Sherry-Fass auch zum Schluss noch und hat eine ganz, ganz, ganz spezielle Färbung. Er schaut fast aus wie ein Rosé-Wein, fände ich. Und schmeckt unglaublich mild. Also ich glaube, es ist einer der mildesten Whiskys, die ich je getrunken habe. Ich bin noch nicht ganz munter, obwohl es Abend ist. Ja, wir hatten ja gestern eine vierstündige Konferenz mit unseren Patreons. Das war eine Mammut-Sendung. Großartige Gespräche. Aber hat dann natürlich auch noch lange gedauert, die Videos, also die Aufzeichnung noch rendern zu lassen und hochzuladen und bla. Zum Wohl. Das Land. Ich könnte mich reinlegen in den. Das ist definitiv einer meiner Lieblings-Whiskys, so in einer halbwegs vernünftigen Preisklasse. Also vernünftig ist die Preisklasse eh nicht mehr, aber irgendwie sowas. Das kostet so um die 80 Euro, die Flasche, also ist schon... Aber hat immer noch ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da bin mir nicht sicher, ob er noch sogar mehr kostet. Na, so plus minus. Du schmeckst überhaupt keinen... Irgendwann kommt einmal dieser Alkohol-Punch, aber... 43% ist jetzt auch nicht so stark. Aber ja. Ja, ich liebe ihn. Danke noch einmal, Michael. Süße hinterher. Großartiges Geschenk. Danke. Rudolf profitiert einfach mit. Ja, wir... Ich habe gerade nachgeschaut auf unserer Statistik. Diese hier ist die 45. Sendung, die wir dieses Jahr machen. Die Patreon-Sendungen nicht mitgerechnet. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Begonnen hat das Ganze Mitte Januar mit einer Folge, wo ich meine Magieschule vorgestellt habe. Und das war wahrscheinlich auch das Thema, das mich dieses Jahr am meisten auf Trab gehalten hat. Ich bin wirklich so eingetaucht in dieses Projekt. Und da ist noch kein Ende in Sicht. Also, es war ein riesiger Kurs, den ich im Sommer veröffentlicht habe. Der Nemethon-Kurs, der ausführlichste bisher. Webinare haben dieses Jahr auch begonnen. Regelmäßige Videokonferenzen mit den Teilnehmern der Magieschule. Ein wirklich super spannender Austausch. Die Challenge hat es gegeben. Zur außersinnlichen Wahrnehmung. Und noch einen Schnupperkurs habe ich veröffentlicht. Einen Telesmion-Kurs. Und jetzt bin ich gerade dabei, noch einen Kurs auszuarbeiten. Es ist ein ziemliches Programm, das ich mir da aufgebürdet habe. Möchte ich nicht sagen, weil es ist echt schön. Aber es ist verdammt viel Arbeit. Das kann man sich aufs Wort. Und danach sind wir gleich in ein anderes, großes Thema eingestiegen. Nämlich Grimoires und die Geschichte der Grimoires. Also, ich habe sowieso den Eindruck, 2019 war ein extrem arbeitsreiches Jahr. Auf jeden Fall. Also, auch vor allem vom Umfang der Sendungen. Von der Recherche zu den Sendungen. Also, allein für die Grimoires-Sendung haben wir wahrscheinlich jeder so 100 Stunden Recherche-Arbeit reingesteckt. Für ein, eineinhalb. Es waren dann zwei Sendungen, oder? Es waren zwei Sendungen. Die zweite ist vor allem darum gegangen, warum es nicht so sehr unser Ding ist. Ah ja, okay. Aber schon auch wirklich ausführliche Geschichten. Aber für eine so eine 40-Minuten-Sendung oder wie lange die gedauert dauert, hat man 100 Stunden Recherche dann doch. Aber ja, hat sich gelohnt. Also, das ist ja auch immer so ein spannender Aspekt, dass wir natürlich dann auch wieder viel lernen. Also, dass wir durch die Recherche und durch das Aufarbeiten und Aufbereiten natürlich auch für uns natürlich noch auf viele Details drauf kommen. An Dingen, die man halt über die Jahre so irgendwo im Hinterkopf hatte, so vage. Und wenn man sich dann hinsetzt und dann tatsächlich noch einmal die Fakten konzentriert zusammenträgt und die Geschichten und die Quellen, dann macht das schon noch einmal ein ganz eigenes Bild zu unserer ganzen westlichen Magietradition. war sicher einer der ganz wesentlichen Faktoren für mich, da mich mit der Geschichte noch einmal so intensiv auseinanderzusetzen. Und hat dann ein ganzes Jahr in Gang gesetzt eigentlich an, naja, das Thema Ahnen hat uns dann irgendwann auch begleitet. Da werden wir dann später drüber reden. Ich habe auch den Eindruck, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber 2019 war das Jahr, wo wir wirklich auch so Themenblöcke gemacht haben bei unseren Sendungen. Das war vorher nicht so sehr. Man hat es vielleicht schon erahnen können, aber da haben wir auch für uns deutlich gesagt, so jetzt beschäftigen wir uns einmal einige Sendungen lang mit einem speziellen Thema. Das war vorher noch nicht so klar abgegrenzt. Das war mehr so ein, ja, so Pi mal Daumen so grob, aber dass wir uns jetzt wirklich so unter Metathemen gesetzt haben, war, glaube ich, in dem Jahr relativ neu. Das hat damit mit diesen Grimoire-Sendungen begonnen und hat sich dann fortgesetzt mit dem großen Thema Wahrnehmung, wo wir ja viel über gerade unsere beiden unterschiedlichen Wahrnehmungsarten oder diese sehr speziellen Ausprägungen der Synesthesie und der A-Fantasie gesprochen haben und überhaupt diesen Unterschied zwischen Wahrnehmung und Interpretation und so weiter herausgearbeitet haben. Das finde ich nach wie vor ein spannendes Thema und da waren ja auch immer wieder mal Fragen, das könnte man jetzt vielleicht auch einmal so ansprechen, wie geht es denn dir mit der A-Fantasie? Du hast ja ein bisschen trainiert mit einem, wie hat das geheißen, Image-Streaming-Programm. Ja, wir haben den Link damals gepostet unter die Sendung, es gibt ein Video dazu, es gibt einen eigenen YouTube-Kanal, der sich mit A-Fantasie auseinandersetzt, der ein paar Techniken vorstellt, die da sehr ähnlich sind. Ich habe das eine Zeit lang probiert und habe damit nicht sehr viel Erfolg gehabt, leider. Das ist eine Technik, mit der Menschen, die A-Fantasie haben, relativ gute Erfolgsquoten haben, wenn sie das konsequent trainieren. Das hat bei mir nicht so wirklich funktioniert, einmal muss ich sagen. Aber ich habe auch das Ja ein bisschen unter das Thema gestellt für mich, das mit dem Visualisieren ein bisschen besser hinzubekommen. oder so einfach, ich möchte schauen, dass ich da ein bisschen mehr eintauche in meine Imagination und mehr visuelle Eindrücke kriege, von Null. Starten war die Hürde jetzt. Ja, und habe dann doch im Laufe des Jahres, ich weiß nicht oft, vier, fünf Mal Momente gehabt, in Trance-Zuständen, wo ich tatsächlich für zumindest wenige Sekunden Bilder bekommen habe. Meine Freundin, die hat ja auch so ähnliche A-Fantasie, nicht ganz so extrem ausgeprägt wie bei mir, bei der hat dieses Image, Streaming, Cycling, wie auch immer das heißt, sie ist halt dann einfach zu faul, dass sie es trainiert, muss man auch so sagen, oder hat dann jetzt nicht so den Bock drauf. Aber sie hat das zwei, drei Mal gemacht und das hat bei ihr da, hat sie zweimal sehr klare, eindeutige Bilder bekommen. Also einmal ist sie mit der Straßenbahn plötzlich durch Graz gefahren, so wie wenn sie vorne am Fahrersitz sitzt und hat so die Straße verfolgen können. Und einmal hat sie so ein sehr dreidimensionales Blatt eines Baumes gesehen, so mit den Lichtstrahlen, die durch die Blätter fallen und so für ein paar Sekunden. Also die Technik kann grundsätzlich schon, was bei mir hat sie, wie gesagt, leider nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich habe mit dieser Intention, innere Bilder wahrnehmen zu können, zumindest vier, fünf Mal für ein paar Sekunden geschafft über das Jahr. Ja, mit, das steht sich jetzt nicht ganz dafür, muss ich sagen. So toll waren die Bilder dann auch nicht. Nein, aber tatsächlich, ich habe so das Gefühl, dass so die letzten Monate merke ich so ein bisschen besser, worauf ich achten muss in mir und so ein bisschen so ein Feintuning meiner Wahrnehmung, dass es mir manchmal ein bisschen besser gelingt. Letztes Wochenende erst waren wir bei Freunden im Wiener Wald und da habe ich, ja, das war fast eine Minute lang, da habe ich so einen Film laufen sehen. Und so, was ja sehr faszinierend, wie das funktioniert. Es war auch einfach nur, nein, nur. Es war schon spannende Info, also spannende Bilder im Kontext der Story oder des Rituals, in dem ich da war. Ich kann mich auch erinnern, dass du einmal gesagt hast, ich bin eigentlich froh, dass ich nicht so viel sehe. Also wenn ich die ganze Zeit so viele Bilder hätte, das würde mich komplett überfordern. Würde es mich definitiv, ja. Aber es war faszinierend, dass es, ja, irgendwie war es beruhigend in dem Moment, diese Bilder zu sehen. Ich war so fasziniert von diesem Farbspiel, also wirklich so hochauflösende Farben, wie so ein türkis-dunkelgrüner Teich in einer Grotte, in einer Höhle mit dem Schimmern. Und ich habe sogar die Wellen gesehen, die so links und rechts davon. Ja, war sehr beeindruckend. Mehr bitte, aber gemächlich. Aber ich merke trotzdem, dass ich mir mit meinen bisherigen oder mit meinen normalen Techniken in der Magie in vielen Bereichen trotzdem leichter tue. Ja klar, darauf bist du ja auch trainiert und geeicht. Ja, und dann ist ein nächstes großes Metathema gekommen, das, glaube ich, noch mehr Recherchearbeit inkludiert hat, nämlich Perspektivismus. Wow. Ja, ich weiß nicht, ob es mehr Recherche gebraucht hat. Also rein zeitlich, weiß ich nicht. Für mich schon. Aber vom intellektuellen Aufwand. Also da die Papers lesen, das Buch von Eduardo Cohn, How Forests Think. Und das Buch von Aditi, das Paper von Vivero de Castro. Ja. Also mich hat es wirklich einige Monate beschäftigt. Ja, beschäftigt hat es uns wirklich lange. Aber auch vom Zeitaufwand her, bevor wir dann überhaupt die Sendungen machen konnten dazu. Und ich bin nach wie vor total geflasht von der Perspektive, die sich daraus ergibt. Ja, halte ich tatsächlich für eines der wahrscheinlich wichtigsten Themen in der Magie und in der High Strangeness und Paranormal. Die Thematik. Ja. Also es beantwortet so viele Fragen und macht so viele neue Fragen. Aber ja, bis heute würde ich sagen, ist es wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen in dem ganzen Bereich. Das Verständnis für diese verschiedenen Ebenen und Perspektiven, wie die aufeinander wirken und wie die in Relation zueinander stehen. Und das ganze Konzept des Shape-Shiftings und Kontakt zur Anderswelt, Kommunikation mit der Anderswelt, gerade über diese Metapher, über die Symbolik, die da auch sehr stark einhergeht. Wenn es ein großes Thema ist wahrscheinlich, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, wäre es das, was ich jemandem empfehlen würde. Mhm. Wenn wir gerade bei wichtigen Themen sind, was war denn für dich so die wichtigste Sendung, die wir dieses Jahr gemacht haben? Puh, die wichtigste. Oder wo du sagst, das hat für dich am meisten Impact gehabt? Also die Sendung wird sich heißen für Rum und Schwellenhüter? Ja. Für mich nämlich auch. Für wen ist Magie nicht geeignet? War sicher sehr wichtig. Ansonsten wahrscheinlich das Hautor Kefalos. Das habe ich mal gedacht, dass du das sagen wirst, ja. Aus vielen Gründen, die können wir auch reden. Einerseits natürlich ein bisschen zur Positionierung unseres Kanals. Der richtet sich in erster Linie an Menschen, die Magie praktizieren oder praktizieren wollen. Und speziell für die Leute ist dieses How-To. Also das ist jetzt nicht für jemanden, der von Magie gar keine Ahnung hat, so stell dich hin und mach das. Das war es nicht. Sondern das war schon eher für Leute, die so ein bisschen Ahnung von Zeremonialmagie haben, von wie betritt man veränderte Bewusstseinszustände, wie öffnet man einen Ritualraum. einhergehend damit natürlich die Frage der Mitverantwortung. Wir stellen da sowas online, was jetzt kein Geheimnis ist, aber schon, wo man das jetzt im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt so verbreitet ist. Und fordern unter Anführungszeichen die Leute dazu auf, hier, macht mal, experimentiert einmal rum, viel Spaß. Hat ja auch einige spaßige Ergebnisse gezeitigt, so bei Zuschauern, die uns von merkwürdigen Zeitphänomenen berichtet haben oder und so. Ich glaube, bei dir hat es zum allermeisten gemacht. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie das, ich weiß ja natürlich nicht, was die Leute da privat bei sich daheim machen, aber ich mache das halt sehr tiefgehend. Also ich mache das eine regelmäßige, ist jetzt übertrieben, aber schon in einem gewissen Abstand immer wieder mal und auch weil es für mich so spannend ist, dieses Ritual zu erforschen, was es macht, weil es so vielschichtig ist und vom Exorzismus zu Initiationserlebnissen führen kann, zu Ahnen, Verbindung mit den Ahnen als Wegöffner dienen. Das ist so ein vielschichtiges Ritual und gleichzeitig ist es auch ein nicht ganz leicht zugängliches Ritual. Also man kann es einfach sich hinstellen, mal runtersprechen und es passiert nicht viel und auch bei dir war es so ein, bei dir hat es nicht viel gemacht? Ja, ich habe es einige Male durchgeführt, auf unterschiedliche Weisen und Zugänge, aber es hat nichts bewirkt. Also das Ritual hat schon funktioniert, ja, das war auch die die Four Kings sind präsent gewesen, alles, ich habe gemerkt, meine Stimme hat sich komplett verändert, also genau dieser Teil, wo man dann selber als der Kopflose spricht und das kenne ich von mir, also ein typisches Zeichen von einer bestimmten Art von Trance bei mir und alles, also das war schon, das hat schon was getan, also das war da, aber es ist nichts daraus gefolgt. Okay. Das hat bei mir nicht, also so, okay, wow, das war es auch wieder, also, ja. Ja, bei mir war es schon sehr, eben, so ein, das Ritual erforschen auf so verschiedenen Ebenen und das war für mich schon spannend, dieses, das Ritual hat jedes Mal was anderes gemacht und zwar immer das, was ich nicht erwartet habe, was für mich immer ein recht authentischer, ein authentisches Zeichen oder ein Zeichen für eine recht authentische Begegnung, Begegnung mit der Anderswelt ist. war nicht immer angenehm, also es hat auch sehr, sehr heftige Dinge hochgebracht, also es ist halt ein exorzistischer Aspekt, ist es exorzistisch ein Wort? Keine Ahnung, dieser Aspekt des Exorzismus, der hat sehr heftige Sachen teilweise hochgebracht, die da, mit denen ich mich dann mehrere Stunden auseinandersetzen musste, aber sehr positiv am Ende, sehr weird, das Ritual, ich empfinde es als sehr weird, also sehr so seltsame Space Magic, sehr eigenartige Dinge. Es ist ja auch ein rekonstruiertes Ritual, muss man dazu sagen, so nach bestem Wissen und Gewissen, es ist keine hundertprozentige Überlieferung. Genau, wobei, also ja, es ist überliefert, aber man musste Details auffüllen, ergänzen, und aus dem Kontext, aber da war eben die Frage auch der Mitverantwortung, wie viel, wie mitverantwortlich sind wir für das, was andere Menschen damit machen, das ist ja dann auch die Frage bei Iboga, auf das werden wir dann auch gleich eingehen, wahrscheinlich, wird es sich nicht vermeiden lassen. Definitiv nicht. Und da war es, es war schon so die Problematik, wie viel können wir Zuschauern zumuten, wie viel Verantwortung können wir, oder Eigenverantwortung trauen wir den Zuschauern zu. Da haben wir lange diskutiert über diese Themen, und am Ende war es halt so ein, ja, Magie ist halt was, wo man eigenverantwortlich sein muss, und dann kann man die Leute nicht wie kleine Kinder behandeln. Ja, ein gewisses Mindestmaß an Eigenverantwortung müssen wir einfach voraussetzen. Ja, und den Kontext zu den ganzen magischen Erfahrungen liefern wir ja eh wöchentlich, wenn wir nicht gerade Sommerpause einlegen. Viel mehr können wir nicht machen, aus unserer Perspektive. Ja, da war ich mir nicht sicher, ob man nicht mehr machen könnte, oder müsste, oder sollte. Und dann war aber so, naja, die Leute, es gibt Leute, die hauen sich auf YouTube irgendwelche Waschmittel-Tabs rein, bei irgendwelchen Challenges. Ja, da kann ich dann auch nichts ändern, also, ja, da, wenn er Uhr hat. Ja, also so ein Mindestmaß an Eigenverantwortung und Mitdenken muss ich einfach inzwischen voraussetzen. Das wird auch ein bisschen die Frage sein, Richtung 2020 dann, was wir auch noch ansprechen. Ja, ja. Bei dir, was war deine wichtigste Sendung? Ich glaube tatsächlich Roman Schwellenhütter, ja. Also dieses Für wen ist Magie nicht geeignet. Das war tatsächlich einmal, ich glaube, von wegen Mitverantwortung, da sind wir unserer Mitverantwortung sehr nachgekommen und haben wirklich ein Spektrum aufgezeigt, so von das ist die Grenze der Komfortzone, wo man sich vielleicht noch überlegen kann und ab dann so definitiv nicht mehr, das ist dann schon in der Panikzone. Ich glaube, da haben wir wirklich was vorgelegt, an dem man sich grob orientieren kann, finde ich nach wie vor total wie, war überhaupt nicht so geplant eigentlich, aber jetzt so, wenn ich das ganze Jahr Revue passieren lasse, dann sticht das raus. Das ist halt meine Sorge immer, sondern die Menschen, die uns eh verfolgen und die sich dann die Sendung anhören, sind meistens auch die, die genug Verantwortung haben, dass sie abschätzen können, ob so ein Ritual für sie geeignet ist oder nicht. Und die Leute, die das nicht können, hören die Sendung wahrscheinlich eh nicht, die Rum und Schwellenhüter. Oder ignorieren sie, das haben wir auch gehabt, aber das ist nicht mehr unsere Verantwortung tatsächlich. Aber das war das, was uns auch im Hintergrund sehr viel beschäftigt hat, immer wieder auch. Ja, das hat sich auch das ganze Jahr über durchgezogen. Also neben der vielen Arbeit und der Recherche und den intensiven Prozessen, die waren, war schon eben das Thema so, wie weit können wir gehen, was können wir Zuhörern zumuten, aber wo ist auch die Grenze unserer Mitverantwortung. Das ist auch noch kein endgültiger Schluss dazu natürlich, das ist immer auch eine fließende Grenze in gewisser Weise, aber ich glaube, die Tatsache, dass wir so viel hinter den Kulissen darüber gesprochen haben, zeigt, wie weit wir gekommen sind auch mit diesem Kanal. Was wir in unserer Sendung Licht und Liebe ja noch erklärt haben, dass alles bisherige im Prinzip Fundament legen war, auf den wir jetzt dann aufbauen werden, aber darauf kann man gegen Ende dieser Sendung noch zu sprechen. Ja, jetzt haben wir halt eine Basis und da ist uns dann schon sehr bewusst, okay, davon ausgehend kann man sich schon in Welten aufmachen, die nicht immer ausschließlich zuträglich sind. Ja, also das war ja auch ein Ziel, als wir damit begonnen haben und inzwischen haben wir das erreicht, aber ja, dadurch haben wir halt auch uns Gedanken machen müssen darüber, wie weit können wir gehen, öffentlich. Weil man auch immer so ein bisschen mitdenken muss, dass es ja Leute gibt, die irgendwann einsteigen und wir regelmäßig betonen, dass man idealerweise die Sendungen von Anfang an hört, es gibt auch ein paar Leute, die uns extra schreiben, sie holen gerade alles nach. Das ist super. Wir haben dieses Jahr auch zwei oder drei Sendungen gemacht, wo wir eben noch einmal erklärt haben, unseren Blickwinkel. Das war eine Sendung, unser Blickwinkel, dann dieses Askese und Ekstase war wichtig und das Rum und Reflexion, diese drei Sendungen, da haben wir wirklich auch für die, die neu dazukommen, immer wieder sehr deutlich erklärt, worum es uns geht und worum es uns nicht geht. Und ja, in dem Kontext eben auch nochmal, unsere Sendungen sind als eine Art große Hyper-Sigil, wenn man Grant Morrison bemüht, angelegt oder als ein großes Ritual. Das sind nicht einfach Videos. Oder nicht ausschließlich. und das Feedback ist der Leute, die das, was das bei den Leuten auslöst, ist auch weitestgehend sehr, sehr cool. Also sehr beeindruckend teilweise, was wir für Kommentare kriegen. Ja, danke. Also was das bei den Leuten auslöst manchmal. Ja. Leute, wir haben ja auch immer wieder Gäste. Mir ist aufgefallen, 2019 haben wir weniger, allerdings mehr weibliche Gäste gehabt. Susan Demeter Sinclair, die übrigens die einzige englischsprachige Sendung dieses Jahr war. Prag. Also ich glaube inzwischen haben wir die Rechtfertigung wieder deutlich mehr Englische zu machen, allein um das aufzuholen. Satya war da, Rum und Hexerei. Ah ja, scheiße, das stimmt. Ich habe ganz vergessen. Die ist passiert, ja. Gabriele Kleindienst am Frauenberg immer interviewt, Nicole Bauer zur Exorzismus Ausbildung. Also es waren deutlich mehr Frauen zu Gast, was ich großartig finde. Voll. Weil das war ja irgendwann mal so die Frage, wo sind die ganzen Frauen in der Energie? Ja, also bitte auch mehr. Wir freuen uns sehr darüber. Hast du eine, keine Ahnung, gibt es ein Interview, das dir speziell in Erinnerung geblieben ist, dass dieses Jahr für dich ganz besonders war? Dass wir mit Gästen gemacht haben? Ja, aber das ist noch nicht veröffentlicht. Also das kommt nächstes Jahr dann, 2020? Die drei waren definitiv am Stück. Das war so ein Marathon. Freut euch auf diese drei Sendungen. Damit beginnen wir dann 2020 wahrscheinlich. Aber abgesehen von denen? Schwer zu sagen. Könnte ich jetzt nicht sagen. Nein. Also nämlich im Sinn von hatten alle auf ihre Art und Weise besondere Momente? Vielleicht vergesse ich auch gerade irgendwen. ein. Also für mich war Whisky und Jenseits extrem schön. Scheiße, da war auch irgendwie das Interview mit Andreas Schneider. Das war einfach von diesem ganzen literarischen und Nerdbezug und trotzdem spirituellen Hintergrund. Das war für mich unglaublich schön spannend. Und natürlich das mit großem Abstand voran unser Interview, das nur für Patreon Unterstützer zugänglich ist, über arabische Magie. Tradition. Das war für mich das habe ich jetzt nicht gezählt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht bei den öffentlichen Sendungen, aber das hat für mich alles übertroffen. Das ist so spannend und so speziell. Also das traue ich mich zu sagen, relativ einzigartig glaube ich. Ja. Also so über arabische Magie sprechen. Umgang mit Gin und wo man merkt, das ist eben tatsächlich eine ungebrochene magische Tradition. Also auf das Interview bin ich wirklich stolz und das bietet so viel, das glaube ich kann man sich auch mehrmals anhören, da steckt so viel drinnen. Das definitiv, ja. Aber von den öffentlichen war für mich tatsächlich diese Jenseits Darstellungen, die sich auch im Lauf der Zeit wandeln in der literarischen und filmischen Darstellung für mich glaube ich die interessanteste, das interessanteste Interview. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, tu ich mir echt schwer. Jan haben wir zweimal interviewt, zu Entheogenen einmal, zum Kult in Eloysis und einmal zu Schamanen und schamanischen Techniken und was überhaupt ein Schamane sein kann oder was nicht. Ja, es hatte alles was, also eben die Gespräche mit Jan, der uns besucht hat hier und mir dann die Herman Nubis Statue vorbeigebracht hat. Das war sicher für dich ein absolutes Highlight dieses Jahr, gell? Ja, definitiv und ein guter Einstieg in Ioanen Arbeit noch einmal. Aber auch das Gespräch mit Susan Dimitta Sinclair, die dann versucht hat rituell zu arbeiten, während wir in Knittelfeld sind, damit wir irgendwelche Sichtungen haben, was leider nicht der Fall war. Nein! Zum ersten Mal in Knittelfeld. Ja, dann auch das Gespräch mit Satya, wo man auch merkt, das ist auch eine ungebrochene Tradition. Das wollte ich gerade sagen. Wie reagiert ein Mensch, ein Europäer, eine Europäerin auf so eine fremdartige Kultur, in der solche Themen so alltäglich sind, jeder weiß, da sitzt halt gerade der Hausgeister mit am Tisch und so und das ist das Normalste der Welt, dass da irgendwo herumgespuckt wird und irgendwelche Hexen durch die Gegend fliegen. Ja, das Interview mit Nicole zum Exorzismus sowieso. Ja, waren alle spannend, aber man muss schon sagen, jetzt nicht so das eine herausragende. Nicht so speziell hängengeblieben, okay. Und dann haben wir noch zwei Großprojekte mit Remote Viewing gehabt dieses Jahr. Also ich zumindest, du warst am Rande beteiligt bei beiden, aber auch darüber haben wir ja Sendungen gemacht, sogar drei. Das eine war das Entführungsphänomen, das ja in Zusammenarbeit mit der Academy of Mind und CropFM passiert ist. Und Dr. Marcel Polte. Und das andere war so auf unserem eigenen Mist gewachsen oder auf meiner Idee. In erster Linie auf deinem. Die sogenannte Lichtfalle, das so umfassend war, dass wir dann zwei Sendungen gemacht haben, nämlich einmal unser beider Fazit dazu und das ausführliche Interview mit Stefan und Benni zum Projekt, das erstaunlicherweise viel mehr Views bekommt, obwohl es viel länger und fachsimpelnder ist als unser Fazit, was ich eh cool finde. Echt? Weiß ich halt gar nicht. Ja, ja, deutlich mehr Views. Okay. Ja, also ich bin überrascht, weil ich mir denke, so kurzlebiges YouTube-Ding, dass allein unser Fazit, das ja wirklich das Eingedampfteste überhaupt ist und schon, keine Ahnung, 40 Minuten oder so dauert, aber die eineinhalbstündige Sendung oder so? Na, locker zwei Stunden. Zweistündige, ja, ich weiß gar nicht mehr, die kriegt eindeutig mehr Views. Und ich glaube, in beiden Fällen haben wir wirklich so für die Magie slash Grenzwissenszene im deutschsprachigen Raum echt was beitragen können. Auf, ich doch, ja. Ja, neue Ansätze, nicht nur Denkansätze, sondern auch vielleicht wirklich Ergebnisse. Das sind ja nicht nur Überlegungen, die wir da präsentieren, sondern Dinge, die wir wirklich erforscht haben und die es also gerade in Bezug auf Pflichtfalle so kaum zu sehen oder zu hören gibt. Das war ja auch ein ganz explizites Ziel unseres Kanals, so die Kooperation mit unterschiedlichen Traditionen, Techniken, Ideen und eben auch konkrete Ergebnisse zu liefern von interdisziplinärer Arbeit. Und da ist natürlich Remote Viewing um solche mystischen Themen oder theoretische Konstrukte oder Glaubenssätze oder Glaubensideen zu analysieren. Natürlich ein sehr spannendes Tool und sehr spannend fand ich, dass bei diesen vier Entführungsfällen oder vermeintlichen Entführungsfällen durch Außerirdische, so ein bisschen klischeehaft, in keinem einzigen dieser vier Fälle mit insgesamt zwölf Remote Viewing Sessions drauf in irgendeiner Form eine Entführung durch Außerirdische vorkam. Das Standard Narrativ ist einfach nicht bestätigt worden. Teilweise sind die Sachen viel weirder gewesen als das Standard Narrativ und keins davon war bösartig. Das ist schon spannend. Das finde ich schon sehr faszinierend und auch die Problematik nochmal, die wir vielleicht teilweise noch nicht genug herausgearbeitet haben, von dem Kontakt mit The Other, mit dem Anderen, mit der Anderswelt, was in Trancen passiert mit Menschen, in hypnotischen Trancen, die unterschiedlichen Ebenen von Erinnerungen, von interner Mythologie, von inneren Bildern, die aus der inneren Prägung kommen und so weiter. Und wenn sich die vermischen und dann kommt es zu einem Andersweltkontakt, der immer symbolisch ist und metaphorisch oder in 99% der Fälle, dass dann durch diese Filter interpretiert, dann halt dieses Klischee-Bild einer Alien-Entführung zeigt. Ich glaube, da zeigt sich wieder einmal, wie wichtig Perspektivismus ist, weil für die Runer ja zum Beispiel völlig klar ist, wenn sie träumen und von einem Garten träumen, dass es der Dschungel ist. Es ist eben kein Garten, weil sie wissen, in diesen Bereichen darf man die Dinge nicht wörtlich nehmen. Auf unserer Ebene schon. Und so das zu übersetzen und eben nicht nur Traum, sondern auch sowas wie schamanische Reisen oder andere Kontakte. Und da ist es für mich wirklich immer noch schwer nachzuvollziehen, dass wenn Menschen solche Erlebnisse haben in unserem Kulturkreis, dass sie das dann wörtlich interpretieren. Ja, weil wir keinen Kontext dafür haben. Weil wir so mechanistisch sind, dass dann das, was sie dort erleben, jetzt genauso stattgefunden haben muss. Und es hat ja dort genauso stattgefunden. Dort war es genauso. Nur die Übersetzung nach hier ist halt die schwierige. Und das ist halt bei den Runa, die eine ganze Kultur und eine ganze Lebensstrategie und eine ganze Sprache drumherum entwickelt haben oder ein eigenes Alphabet, wenn du so wählst, so eine Symbolübersetzung, sondern jeder spricht zusätzlich zu seiner menschlichen Sprache noch die Sprache der Anderswelt so weit, dass er weiß, wie die Symbolik zu deuten ist. Der weiß eben, ich habe von einem Hund geträumt, dann meint das in dieser Realität hier einen Jaguar. Ich habe von einem Hausschwein geträumt, dann meint das hier ein Wildschwein. Bekari, ich habe vom Garten geträumt, von der Farm, dann meint das den Dschungel und den Urwald. Und zwar aus der Sicht der Spirit Masters. Und dieses Übersetzungsprogramm oder überhaupt dieses grundsätzliche Verständnis fehlt in der westlichen Kultur weitestgehend. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir als Magier was beitragen können dazu. Ich finde es schade, diese Phänomene werden im Normalfall so betrachtet, dass sie lächerlich gemacht werden oder ignoriert werden. Oder eben als komplett literal, wörtlich und vielleicht sogar noch idealisiert dargestellt werden. Und wir verneinen das jetzt nicht, aber es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man sie betrachtet. Und das finde ich ganz wichtig, das einzubeziehen. Wieder im Sinn von Interdisziplinarität. Naja, aber da fehlt halt auch oft so ein bisschen ein Unterbau von anderen Weltsichten. In animistischen Kulturen hast du eine völlig andere Art zu denken. Wir müssen auch langsam lernen, wegzukommen von dieser Idee, Träume sind einfach nur das, was in unserem Kopf stattfindet und so Datenmüll. Träume sind dann eine eigene Realitätsebene, die einfach nur nach anderen Spielregeln funktioniert. Und je tiefer man da eintaucht, ist der Übergang zu Astralreisen, zu whatever, das sind einfach nur Labels, die man da aus unterschiedlichen Traditionen draufgepappt hat oder aus unterschiedlichen grundsätzlichen philosophischen Überlegungen. Das ist ja so, die Geschichte der westlichen Magie und der westlichen Esoterik ist ja ganz stark geprägt durch die Renaissance, durch die Wiederentdeckung der antiken Philosophen. Da kommt ganz viel her von der Idee, dass wir waren früher mal klug, heute sind wir dumm gefühlt, weil wir hatten das Mittelalter gerade hinter uns und wir waren einmal schon unglaublich weit in der Welt und da kommt auch viel von diesem Mythos Atlantis her und von diesem wir waren früher Hochkultur, wir sind gefallen. Im Vergleich zu unserem Mittelalter war es auch tatsächlich so. Aber aus dem ganz viel kommt aus diesen Neuentdeckungen und aus diesem Neoplatonismus zum Beispiel, aus diesen philosophischen Strömungen, die ganz stark die Esoterik und die Mysterienschulen etc. mitgeprägt haben, bis hin zu heute zu New Age, also zu New Thought. New Thought zum Beispiel. Wo wir auch zwei Sendungen gemacht haben. Aber da tue ich mir dann oft extrem schwer, dass ich merke, oder wie wichtig die Beschäftigung mit der Magiegeschichte ist und der Philosophie und Co., weil unglaublich vieles im weitesten Sinne westlichen Esoterik angenommen wird. Das weiß man ja, das ist ja was Bekanntes. Nein, das weiß man nicht, das ist nicht zwingend etwas Bekanntes. Das sind Dinge, die sich in den letzten paar hundert Jahren Leute zusammen gereimt haben, mal fundierter, mal weniger fundierter. Teilweise nur in den letzten paar Jahrzehnten. Exakt, ganz, ganz vieles von dem, was wir so, das ist ja vollkommen bekannt, ist in den letzten paar Jahrzehnten zusammengeschustert worden, oder in den letzten hundert, hundertfünfzig Jahren vielleicht. Was es jetzt nicht zwingend falsch macht, aber nicht automatisch, das ist so, da merkt man einmal mehr, wie wichtig diese Auseinandersetzung mit der Magiegeschichte ist. Und ich glaube, da können wir tatsächlich auch auf unserem Kanal einen wichtigen Beitrag leisten. Den Kontext und historische Perspektive zu geben und das einmal in Relation zu setzen. Das ist was, womit ich mir wirklich schwer tue, mit dieser, das wirklich sehr große Namen in der deutschen, deutschsprachigen Esoterik-Szene und Anführungszeichen, die so sehr, sehr bekannt sind. Und so, wenn er dann, und die jetzt nicht zwangsläufig Bullshit erzählen, sondern die auch interessante Sichtweisen haben, die dann auch diesen Standpunkt haben, sie wissen, wie es ist, oder sie wissen, wie, anders, sagen wir es mal anders, wo du merkst, dass die Ergebnisse, zu denen sie kommen, Schlussfolgerungen sind aus falschem Verständnis oder keinem Wissen über die westliche Magiegeschichte. So ein, das Kybalion ist dann so die Quelle, so ein, das ist 120 Jahre alt, das Buch oder so und das bezieht sich, das ist jetzt die Wahrheit, das sind jetzt die kosmischen Gesetze, die stehen da drinnen, die haben das verstanden und sagen, ja, aber du hast nicht verstanden, aus welchem Kontext das Buch kommt. und da ist nämlich nicht nur Magiegeschichte, die eh schon viel größer ist, sondern rein auch einfach einmal publikationsgeschichtlich muss man das verstehen und aus dem jeweiligen zeithistorischen Rahmen, ja, ich glaube, also das ist schon sinnvoll, das als Ergänzung dazuzunehmen, weil wir wissen jetzt auch nicht alles, keine Frage, aber ich glaube, den Anspruch haben wir von Anfang an gehabt und auch 2019 noch einmal viel klarer rausgestrichen, so auch wenn ich mich jetzt zurückerinnere, also dieses Ansinnen, Kontext zu vermitteln und eben die magische Perspektive dazuzunehmen zu dem Ganzen, da haben wir glaube ich dieses Jahr echt viel geschafft. Ja. Und mir ist vorher aufgefallen, du hast ein Stichwort genannt Kooperation, was auch dieses Jahr zugenommen hat, waren Austausch mit anderen Podcasts oder Sendungen, also für mich das Schönste war ja, wir waren zu Gast auf Where Did The Road Go, ein langgehegter Wunsch auch, der in Erfüllung gegangen ist, für den übrigens auch unsere Patreon-Unterstützer gezaubert haben, vielen Dank. Die Sendung habe ich total anregend gefunden und schön und wir werden offenbar immer wieder erwähnt auch auf Where Did The Road Go, jetzt nach einigen Monaten immer noch. Ja, es gibt so zweitere Standard-Gäste, die uns ganz gerne, vor allem deine Biologie-Lehrer-Geschichte ist sehr hängig. Die ist ja auch echt schön. Aber ja, das war definitiv Where Did The Road Go, war so ein bisschen mehr Kontaktaufnahme mit der englischsprachigen Szene auch, also mit, aus der Ecke mit der englischsprachigen Podcast-Welt sozusagen und Paranormal-Welt. Ja, da steht eh schon Joshua Cutchin, der steht seit einem halben Jahr wieder an als Gast und das ergibt sich noch nicht. Aber der ist auch Vater geworden und hat echt viel um die Ohren jetzt übersiedelt und auf den freue ich mich echt mal wieder. Total, da geht sicher einiges Neues. Und dann waren wir zu Gast auch bei Blaupause-TV. Ja, wobei, also, ja. Also, ja, auf deren Sender, wobei sie uns in Graz besucht haben, um die Sendungen zu drehen. Drei Sendungen, von denen erst zwei veröffentlicht worden sind. Ein, so ein Einstieg in die Magie, so allgemein, eine Sendung über Polyamorie aus unserer Sicht und eine dritte steht noch an, Spiraldynamik. Ich finde es ja spannend, dass alle drei Sendungen wahrscheinlich technische Probleme haben. Tonprobleme, Kameraprobleme, weiß nicht, was da passiert ist. und tatsächlich nicht sehr, ich weiß nicht, ob das das richtige Publikum ist oder so, keine Ahnung. Ja, es gibt nicht so viele Views, gell. Es war ein Versuch nach Kooperation von beiden Seiten mal, also eigentlich von, eben, Blaupause hat angefragt und haben uns ein bisschen was angeschaut von denen und einmal sind sie zu Besuch gekommen. Es war ein langsames Annähern und sich kennenlernen und mal so abtesten vielleicht, aber grundsätzlich sehr positiv, sehr sympathische Leute, sehe manche Sachen vielleicht ein bisschen kritisch, aber das ist okay und grundsätzlich freut mich der Kontakt, den es da gibt, aber das wird irgendwie nicht ganz so, also die Videos haben nicht sehr viel Klicks und Resonanz, die Poli-Sendung hat ein paar Menschen offenbar aber schwer verstört. Ja, das ist halt so. War ja auch ein bisschen mitgedacht, dass das gerade so ein bisschen in alternativer und konspirativ angehauchter Szene für einen kleinen Aufreger sorgen könnte, aber ja, schauen wir, und ich war dann noch recht spontan zu Gast bei Johann Nepomukmeyer jenseits des Greifbaren auf seinem Kanal, wo er mich zur Lichtfalle interviewt hat. Zumindest kurz, ja. Ja, und es steht auch noch eine Anfrage im Raum von einem anderen deutschsprachigen Podcast, das wird aber erst nächstes Jahr aufgenommen werden, aber ja, auch da hat sich einiges getan, so ein bisschen mehr Vernetzung oder sich einladen oder eingeladen werden. Und aber gefühlt auch deutlich mehr persönliche Kontakte. Leute, die uns in Graz besuchen oder wo wir dann eingeladen werden in Wien irgendwo waren wir jetzt beim und dann das Traumseminar von Formika, das wir in Graz abgehalten haben. Ja, da hat es einige Kontakte. Für mich hat es ja schon im Mai begonnen mit einem Seminar in Traumwalchen in Bayern, wo ich einige Zuschauer oder auch Teilnehmer der Magieschule persönlich kennenlernen konnte, die dann auch eben in Graz waren zu diesem Traumseminar, das wirklich eine große Sache war für mich. Das war eine geniale Weiterbildung mit eben großem Rahmenprogramm noch fast eine halbe Woche davor und Tag danach noch mit Ausflügen und Knittelfeld das besagte, wo wir leider nichts erlebt haben. Also es war ein unglaublich schönes Zusammenkommen mit Freunden, würde ich inzwischen definitiv sagen. Ja, ich habe dieses Gefühl, dieses Sense of being stared at sehr deutlich gehabt. Das war schon, das war sehr eindeutig, aber das war es auch schon, mehr war nicht, das hat ein paar Minuten angehalten. Ja, ansonsten eben also so ein an irgendwelchen lustigen Dingen, die am Himmel herumfliegen oder so oder blau-grünen Augen oder so sein. Das fand ich schade ein bisschen, aber auf der anderen Seite sehr, sehr schöner Kontakt mit den Menschen und schön essen gehen in der Nähe von Knittelfeld und dann sich den Arsch abfrieren irgendwo, dann hat es fast zum Regnen, oh ja, das schläft und du hast das Wetter mal kurz wieder schön gemacht. Also es kam ja da ein Riesengewitt, also das war eine riesen schwarze Wetterfront, die da angerollt ist und wir sind nicht nass geworden und wir hatten dann tatsächlich weitestgehend klaren Himmel so rund um die Gegend, wo wir gestanden sind. Ja, und dann haben wir noch den Ausflug zum Frauenperker gehabt, wo überhaupt diese Idee geboren wurde, eine Sendung über diesen Ort zu machen und so und das Seminar war sowieso genial. aus der Sicht von Damenhuhr und verbunden mit Wissen aus indigenen Kulturen und neurowissenschaftlichen Forschungen und so, es war schon sehr, sehr, sehr interessant zu luziden träumen. Ich habe ein bisschen was anders erwartet, muss ich dazu sagen. Aber es war ein guter Einstieg, ein gutes Fundament, das war so Seminar 1, also so Grundzüge auch für Menschen, die jetzt nicht wirklich wissen, was luzide Träume sind und dann eigentlich ein recht klar abgerissen oder umrissenes Paradigma, also aus Sicht Damenhors, was sind Träume und es ging mir persönlich ein bisschen zu wenig tief an manchen Punkten, aber spannend fand ich, dass einige Techniken dabei waren, die man jetzt nicht kennt, also jetzt nicht so diese Standard Schau, ein 5-Minuten-Video über Luzides Träumen und einfach so die Standard-Techniken rausgeglaubt, sondern sehr originäre Ideen und Ansätze auch ein bisschen so aus der Halbfiktion, sage ich jetzt einmal höflich, so ein Kastaneder natürlich spielt auch eine Rolle. Halbfiktion ist ein schöner Begriff dafür. Aber alles eingewoben in ein sehr originäres System, Damenhors und der Erfolg spricht für sie, was Traumagie betrifft. Eindeutig, ja. Ich habe noch eine Fortbildung gemacht, ich habe einen Tagesworkshop bei Wirko Kade besucht, den wir auch schon interviewt haben, zu Zeit und Raum und Alter, also wenn jemand mindestens so abgespaced ist wie wir, dann ist das Wirko und was er da vorgestellt hat an Zeitmagie und so, das ist einmal echt auch was völlig Neues, spannende, magische Ansätze und so und sehr gut möglich, dass wir nächstes Jahr gemeinsam was anbieten, Wirko und ich so im eher so halböffentlichen Rahmen immer sehen. Zeitmagie. Ja. Na, geil. Bin ich dabei. Ja, also wirklich spannend, das hat mir viel gebracht. Wirko, das ist ja schon länger her, das ist jetzt zwei Jahre her, die Sendung zu Alchiplasma und so lang ist das, na, ich glaube, das ist knapp über ein Jahr erst. Weißt du? Wenn mich nicht, oder? Nein, das müssen zwei Jahre sein. Wirklich? Ja, da habe ich noch in der alten Wohnung gelebt. Und ich will lieber jetzt seit einem Jahr in dieser Wohnung. Stimmt, Zeitmagie, ja, okay. Ja, ja, stimmt, vor zwei Jahren. Eineinhalb vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, aber ich habe ja dieses Cash-E-Ding, diesen Magriff stehen, da wollte ich auch einfach mal ein bisschen Feedback geben, also das macht irgendwas, aber es spart nicht Strom bei mir. Muss man auch sagen, also habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich hätte es geil gefunden, wenn es das getan hätte und war da durchaus, also weil es ja aus alchemistischer Sinn tatsächlich Sinn ergibt, wie das zusammengebaut ist. Und ich habe ja auch damals schon erzählt in der Sendung, dass es auf magischer Ebene spannende Auswirkungen hat, aber Strom hat es definitiv nicht gespart, also ich habe noch eine kleine Nachtzahlung gehabt jetzt. Wer weiß, wie viele, nein, aber wir sind ganz minimal über dem Durchschnitt einer Wohnung, dieser Größe vom Stromverbrauch und also ich wüsste jetzt nicht, dass wir da jetzt groß, also ich hätte, so ehrlich muss ich auch sagen, also da bin ich, ja, das tut es bisher nicht, also dafür macht es andere Sachen. aber auch nicht so, also ich finde es spannend, das Paradigma spannend, also vor allem, also nicht Keshe, also Keshe ist schwierige Person und das Ganze drumherum, aber was Virgo daraus macht, den Aspekt finde ich spannend. Ja, vor allem er entwickelt das ja inzwischen auch auf eine ganz neue Art und Weise weiter. Genau, und den Aspekt finde ich spannend, so rein Keshe interessiert mich jetzt nicht, aber eben da war das die Idee, oder dass Virgo da ein bisschen mehr einbringen kann in Sachen, dass das vielleicht ein bisschen weniger aus diesem sehr Tobiosen rauskommt. Also es ist wie gesagt auf magischer Ebene schon tut, weniger als gehofft, aber eindeutig, aber wie gesagt, so die Stromspar-Ding, muss ich auch ehrlich sagen, also habe ich mir nichts erwartet, aber wenn, dann hätte ich mir deutlich mehr erwartet, sagen wir es mal so. Also da wäre ich jetzt definitiv enttäuscht, wenn es deswegen gewesen wäre, da werde ich mit Virgo nochmal reden, aber wie gesagt, das tut es nicht. Aber auch ein schöner Versuch einmal und jetzt mal da ein Fazit zu geben, aber das Indesparadigma eine Zeit lang einzutauchen, war also viel gelernt und vieles auch, was ich jetzt wieder aus dem Hirn streichen kann. Gehört auch dazu. Ja, absolut. Absolut, ja. Um daran noch anzuschließen, die Menschen, die dann auch wieder extra nach Graz gekommen sind fürs Traumseminar, von denen habe ich einige wieder in Lüneburg getroffen, wo ich ein Rekordseminar gehalten habe, glaube ich, sowohl von der Teilnehmeranzahl her als auch von dem, was überhaupt, was wir gemacht haben im Seminar, was wir, was, das war auch Zeitmagie irgendwie. Also da sind Dinge passiert, wo man normalerweise drei, fast vier Tage brauchen würde, im Normalfall. Wobei Rekordseminar, du legst ja nicht darauf an, dass du viele Teilnehmer hast. Überhaupt nicht, weil du ja mit den Leuten konkret arbeitest und die Leute mit dir oder miteinander, das heißt, das ist einfach vom Rahmen zwingend beschränkt, die Teilnehmeranzahl. Also das war schon am äußersten Limit. Ja, definitiv. Also das haben wir ausgereizt. Und das hat funktioniert. Und mir fällt gerade wieder ein, am Pulsarkongress habe ich ja wieder einen Vordruck gehalten, auch über Zeitmagie. War das in dem Jahr? Ja, das war in dem Jahr. Okay. Also letztes Jahr war dieser Workshop, den ich gehalten habe, wo Dinge reingepasst haben, für die ich normalerweise ein Wochenende gebraucht hätte. Und ich meine, ich unterrichte es ja schon lange. Ich kann das absehen. Und irgendwie ist es in vier Stunden gegangen. Und auch mein Vortrag in diesem Jahr... Da sieht man mal wieder, mit wie viel Mist so deine Seminar. Das war halt auf vier Stunden unterbrechen. Nein. Nein. Also das... Ich weiß nicht, wie... Und heuer war ja Dirk Olsen dabei, auch beim Vortrag, der ja auch gesagt hat, er hat selber keine Ahnung, wie das möglich war. Ah, shit. Ja, genau, Dirk. Du hast eine Weiterbildung bei Dirk gemacht. Biokinematik. Also bei... Ich weiß nicht, ob ich es Weiterbildung nennen würde. Das war einfach... Ja, Biokinematik. Also für meinen Körper. Und meine Magie funktioniert ja ganz stark über meinen Körper. Und der ist über die letzten Jahre doch recht bewusst oder notwendigerweise recht eingerostet geworden. Und den wieder jetzt in Gang zu bringen, ist jetzt ein sehr mühsamer Prozess. Aber da war die Biokinematik von Dirk also meiner Meinung nach sehr federführend. Überhaupt als Technik für... Also das ist überhaupt kein Hokus-Pokus, nichts Magisches, sondern wirklich rein Anatomie, Physik, wie man Muskeln richtig trainiert und vor allem richtig, also... Ja, Muskeln auf die richtige Länge trainiert. Mit ganz simplen, kurzen Übungen, also das Gegenteil von Muskeln stretchen und dehnen und über... Also... auf eine sehr schnelle, sehr effiziente Art und ich bin ja stinkfaul, muss man dazu sagen. Das heißt, bei mir muss das in zwei, drei Minuten funktionieren, sonst mache ich es einfach nicht. Und... Ja, da Kurzübungen, wie man die... den ganzen Körper wieder auf... auf eine gesunde Muskellänge trainiert und... Ja, der Erfolg gibt ihm recht, also die hat... was das mit bei Bandscheibenvorfällen äh... macht und... Inwiefern merkst du es bei dir? Ähm... Ich merke es in erster Linie, wie viel aufgestauter Energie sich löst bei den Übungen. Also, wie gesagt, ich habe sehr lange eine Pause machen müssen in bestimmten Sachen und habe meinen Körper nach... Das ist jetzt eine längere Geschichte. Damit ich bestimmte Dinge tun kann, ähm... habe ich vor vielen Jahren sehr heftige, ähm... sehr heftiges Krafttraining machen müssen, in dem Wissen, dass mir das mittelfristig meinem Körper nicht unbedingt gut tut, ähm... weil die Muskeln extrem verkürzt werden. Und ähm... es war notwendig zur Überbrückung für bestimmte Dinge das zu tun und da hat sich extrem viel aufgestaut an Dingen, die ich damals nicht... nicht für die ich keine Zeit hatte, sie abzuarbeiten, sagen wir es mal so, oder sie zu transformieren. Und es ist halt so im Sinn von Reich auch so diese... Körperpanzer. sehr aufgestaut und das löst sich jetzt seit Biokinematik sehr heftig. Also, wie gesagt, das ist eine rein mechanische Technik, aber die halt in meinem speziellen Fall ganz viel von dem, was dann in Muskeln an... äh... Anstrengung und sonst was gespeichert war oder an Stress das jetzt rauslassen kann und macht jetzt sehr viele Türen auf. Also, ich muss das auch phasenweise wieder pausieren, weil, wie gesagt, bei mir die Magie ja so stark über den Körper funktioniert, dass das halt solche Körperübungen halt noch viel, viel mehr machen als bei anderen wahrscheinlich. Und dann... ich merke, dass ich ganz, ganz langsam wieder anfangen kann, mich mehr zu bewegen und aus dieser Einrostung rauskomme und dass das schon reicht, damit ich ein paar Wochen beschäftigt bin mit durch den... durch die Sachen durchgehen, die da hochkommen. Aber ja, so ein bisschen aus dem Tiefschlaf erwachen. Wenn ich mir das jetzt einmal vergegenwärtige, was wir schon gesprochen haben bisher, allein das wäre ja schon unglaublich viel, was in einem Jahr passiert ist und da sind wir noch gar nicht bei dem, was so die Höhepunkte waren, zumindest für mich, aber nebenan auch für dich nicht. Was wäre denn für dich der Höhepunkt? Iboga. Ich glaube, das passt jetzt. Jetzt machen wir den Rum auf. Den haben wir von Eva geschenkt bekommen. Ein Black Forest Wild Rum. Ein deutscher Rum also, aus dem Schwarzwald. Ich habe es ein bisschen nachgeschlagen. Die Brennerei ist recht prämiert, sagen wir es mal so. Boah, der riecht gut. Aber ich weiß nicht, ob er neu ist oder noch nicht so bekannt. Es gibt noch nicht sehr viel Information über den Rum. Ich finde die Flasche unglaublich schön. Ein sehr grießgrämig dreinblickender Uhu ist drauf abgebildet. Und ich mag Uhus genau aus dem Grund, weil sie so grumpy sind immer. Also perfekt. Zum Wohl. Zum Wohl. Der hat einen sehr eigenen Geruch. Verschmier. Zum Wohl. Ich lasse den Bernhard mal das Versuchskaninchen vor. Aber er starrt gerade. Wow. Ich bin begeistert. Danke, Eva. Spannend. Also ich bin ja skeptisch, wenn es nicht irgendwie aus der Karibik stammt oder so. Aber boah, ist ja gut. Faszinierend. Es schmeckt anders als so. Sehr vielschichtig, finde ich. Und das mag ich an Getränken, wenn sich immer mehr und mehr entfaltet. Ich finde, er brennt kurz. Recht stark. Und dann gar nicht so, finde ich. Bei mir schon. Okay. Dann kommt es auch ganz vielschichtiger Geschmack aus, den ich aber nicht differenzieren kann. Honig. Fruchtig. Ja. Okay. Also es könnte sein, dass ich einen neuen Lieblingsrom habe. Okay. Spannend. Also nicht spannend, sondern verstehe ich. Er ist sehr speziell auf eine positive Art. Das ist jetzt keine Kritik, aber er ist ungewohnt. Ich finde es großartig. Letztes Jahr haben wir unseren Jahresrückblick ausklingen lassen mit dem besten Whisky ever. Übrigens, Tom, der uns diesen Whisky gespendet hat, hat uns ja auch besucht dieses Jahr in Graz. Ein sehr schönes Treffen, wunderschöne Gespräche. Und jetzt mit diesem hervorragenden Rum. Also, wow. Ich muss den nochmal näherkosten dann. Ja, wir waren bei Iboga. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es beschäftigt mich nach wie vor. Die Nachwirkungen sind immer noch spürbar. Mir fehlen nach wie vor ein bisschen die Worte. Noch einmal die Warnung. Weil, also haben schon einige Leute geschrieben, dass sie jetzt sich auch Iboga besorgt haben und zumindest micro-dosen wollen. Bitte lässt das Buch vom Eudaimon zumindest das zum Thema Iboga im deutschsprachigen Raum. Microdosing mit Iboga ist ein bisschen schwierig, weil, also ich sage es jetzt einfach nochmal dazu, weil die Iboga sehr langsam vom Körper abgebaut wird. Das heißt, es baut sich über die Zeit, sammelt sich das Iboga an, also das Ibogain und die ganzen Alkaloide sammeln sich im Körper an und es kann dann ein sehr starker Trip anfangen, unerwarteter Weise. Also das heißt, Microdosing mit Iboga ist nochmal was ganz anderes als mit anderen Substanzen, die alle illegal sind, oder die meisten davon. Aber Iboga in den Ländern, wo es legal oder ein Graubereich ist, ist es relativ leicht, kann man es kaufen und das kann dazu verleiten, dass man da Sachen, also dass man da ein bisschen unvorbereitet hineinstürzt. aber eben noch einmal die Warnung vor Iboga geschweige denn Vollflat Initiation, also das bitte, bitte, bitte nur nach vorheriger Abklärung ärztlicher Art Mitbegleiter, der sich auskennt oder die sich auskennt und in einem rituellen Rahmen und also bitte keine leichtfertigen Experimente damit. Das ist auch die Frage, wir haben es am Anfang angesprochen, die Frage der Mitverantwortung. Es gibt zu Iboga im deutschsprachigen Raum relativ wenig oder auch generell relativ wenig, es kommt gerade so ein bisschen, ich habe ein, zwei Kanäle gefunden von Leuten, wo ich mir am Kopf greife, also wie der Iboga jetzt promotet wird als der neue heiße Scheiß. Ich meine, ja, weiß was. Wir haben in unseren beiden Sendungen ausreichend Fahndungen ausgesprochen, auch zwischendurch immer wieder. Aber es ist aber nochmal, Iboga ist so jenseits von Gut und Böse, das ist wirklich kein Spielzeug, also sind andere Substanzen auch nicht da, weil das ist einfach. Es ist ja tatsächlich so, dass ich mein Leben in Vor und Nach Iboga einteile, auch sprachlich. Das war schon so zwei, drei Wochen danach. Dass ich von früher gesprochen habe, ohne dass es mir so bewusst war. Das hat sich wirklich so eingestellt. Ich finde keine Worte dafür, wie wichtig und umfassend diese Erfahrung für mich war. Und wie heftig. Ja, und auch noch wie nachwirkend. Ich habe sie ja jetzt einmal tatsächlich auch in Schriftform gebracht. Das war immer schon so bei mir, dass ich Dinge, die mich sehr beschäftigt haben, abtippen musste, um es endgültig oder zum großen Maße zu verarbeiten. Und ich habe mir gedacht, indem wir diese beiden Sendungen dazu machen, dass es damit auch abgeschlossen ist, war es aber nicht. Es hat echt noch gedauert, bis ich dann tatsächlich eine Erzählfassung gefunden habe und die dann schreiben konnte. Und ich kenne das, wenn irgendwas mich sehr berührt oder aufwühlt, dass ich auch einmal ein paar Tage oder vielleicht zwei, drei Wochen warten musste, bis ich schreiben konnte. Bei Ipoga hat es vier Monate gebraucht, um es schreiben zu können. Ich habe es dann jetzt gleich auf Englisch geschrieben, weil ich es dem Jeff Krippel schicken wollte oder auch geschickt habe. Und Saraya, Joshua Kutchin, Gordon White, ich habe das Gefühl, es ist wichtig, das einmal an ein paar interessierte oder wichtige Stellen zu schicken. Und es ist noch immer nicht abgeschlossen und verarbeitet. Definitiv nicht. Also ich kenne dich jetzt doch schon recht lang oder recht intensiv und du bist definitiv nicht mehr der, der du vorher warst. Sehr umfangreich und das ist auch bei uns beiden so ein bisschen neu finden in ganz vielen Ebenen und da bin auch gespannt, wo das in den nächsten Jahren hingehen wird. Aber ja, es ist es kann es nur noch einmal hervorheben, die Heftigkeit so eine Initiation. Du bist nicht mehr der, der du warst. Nein. Und das sagt sich leichter, das ist man manchmal auch nicht, wenn man sehr umfassend nicht mehr der, der du warst. Wir sind eh nie, jeden Tag sind wir anders. Ja, das ist tatsächlich und wie gesagt, das ist auch bei uns beiden sorgt immer wieder dafür, dass bestimmte Sachen, die früher gut funktioniert haben, so nicht mehr funktionieren, wo wir wieder schauen müssen, dass wir einen neuen Modus finden. Ja, bin gespannt. Viel Veränderungspotenzial. Und jetzt, sage ich jetzt, ist also meine persönliche Meinung, also wenn dich was so aus der Bahn wirft, unter Anführungszeichen, dann heißt das was. aus der Bahn werfen im Sinn von so tiefgreifende Veränderungen hochbringt. Ich glaube, die du wahrscheinlich selber unterschätzt hast oder nicht richtig eingeschätzt hast. Ich habe es nicht einschätzt. Man kann es nicht einschätzen, man kann es nicht absehen. Ich habe gewusst, dass es was Wichtiges ist und was Großes. Wie groß und wie umfassend? Na. Das meine ich. Ja. Was war für dich das Wichtigste? Jetzt abgesehen von unserem Kanal, so persönlich in dem Jahr? Boah. Also ich nehme an die Kroatien-Woche? Weiß nicht, ob es das Wichtigste war. Es war ein schöner Höhepunkt. Eine Woche Urlaub mit sehr lieben Freunden und ein paar anderen und es war dringend notwendig, so eine Woche raus aus allem ans Meer. Also für mich ist das Meer extrem wichtig, auch wenn ich ein sehr schwieriges Verhältnis zum Meer habe, aber ja, Meer war einfach wichtig. Eine Woche mit unglaublich lieben Menschen. Es war so eine magische Bubble auf sehr vielen Ebenen. war sicherlich einer der Höhepunkte des Jahres auf ganz, ganz vielen Ebenen und auch magisch. Hermann-Nobis-Retal, es war die ganze Ahnenarbeit in dem Jahr, die anstand, die sicher noch nicht fertig ist. Was das für Veränderungen in meiner Familie ausgelöst hat. Das ist wirklich absurd. Also, kann ich jetzt nicht erzählen, weil es ja privat ist, aber wenn ich ein Ding gebraucht hätte, also wenn ich, wie soll man sagen, der Beweis, dass Magie funktioniert, also es ist... Und das war ja übrigens Teil meiner, oder von etlichen Visionen, die ich auf Iboga hatte, dass du bewiesen hast, dass Magie funktioniert. Zumindest... Hast du real gemacht. Ja, also der Impact auf meine Familie, die nicht in Graz lebt, sondern doch ein bisschen weiter weg. Der da die letzten Monate zeitgleich mit der Ahnenarbeit begonnen hat, schwer in Worte zu fassen, ist ein sehr absurdes Kopfschütteln von allen. Das ist ein What the fuck. Ich kann es nicht erzählen, Das geht nicht. Aber so jenseits von Gut und Böse, das ist schwer es zu... Okay. It works. It really works. Nein, aber es war, also das war sicher die unmittelbarste Auswirkung Magie im Umfeld. Sagen wir mal so. Ahnenarbeit ist ja auch Teil der Schattenarbeit. Aber bevor wir darauf eingehen, da war ja noch was wegen Weiterbildung. Ja, ich wollte ja eigentlich zum Peter Katsitser, der ist an einem Alchemie-Kurs, unter Anführungszeichen, also er hat so eine sehr große Alchemie-Ausbildung, die über ein Jahr geht, glaube ich, mit fünf Seminaren oder so. Aber ich habe lange, lange, lange überlegt. und das war ja, das war monatelang, waren, glaube ich, 20 Teilnehmer, er nimmt 20 Teilnehmer und monatelang waren noch 19 freie Plätze oder 18. Und dann an dem Wochenende, wo ich mich entschieden, entscheiden wollte, dass ich fahre, habe ich in der Früh noch geschaut, 16 freie Plätze. Okay, da habe ich jetzt noch zwei, drei Tage Zeit, aber jetzt wird es wirklich dringend, dass ich mich entscheide, endlich. Das hat einfach persönliche Gründe, nicht, ich wollte es auf jeden Fall machen, aber ging nicht so leicht. Und dann steige ich dann am Montag in der Früh in den Bus, fahre nach Wien und steige aus dem Bus aus, nehme mein Handy in die Hand, schaue noch einmal auf das Anmeldeformular und von 16 freien Plätzen waren plötzlich null freie Plätze frei. Das war so, okay. Aber ich habe nicht noch so vorgesagt, so bitte ein Zeichen, so ob das jetzt ansteht oder nicht. Vereinfacht gesagt und einen halben Tag später war das Zeichen ein, keine Plätze mehr frei. Okay, scheiße, irgendwie hätte ich es schon sehr gerne gemacht. und ich weiß nicht, wofür es gut war. Also ich möchte es auf jeden Fall mal machen. Es ist halt so ein langer Ausbildungszyklus und der halt aufeinander aufbaut. Also der musste halt Seminar 1 genommen haben, besucht haben, um Seminar Teil 2. Also das heißt, ich bin jetzt für ein Jahr mehr oder weniger raus wahrscheinlich. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ging leider nicht an. Das war auch ganz gut so, aus anderen Gründen, aber irgendwann möchte ich es auf jeden Fall machen. Stand in dem Jahr offenbar nicht an. Ja, liebe Grüße, Peter. Wir freuen uns immer, wenn wir Kommentare von dir lesen. Ja. Aber zurück zur Schattenarbeit. Das war ja das größte Metathema überhaupt, das wir je hatten bei Reichernstark. Du hast mal, als du reinkamst, gesagt irgendwie 14 Sendungen oder so. Ich habe es fast nicht geglaubt. Ja, tatsächlich. Der gesamte Herbst 2019 wurde Stand unter dem Thema Schattenarbeit. Da haben wir da wenigstens eine nette Sendung mal zwischendurch. Der Frauenberg. Finde ich. Das ist definitiv ein Beispiel für die lichtvolle Seite des Schattens. Ach okay, aber es war trotzdem Teil des Schattenthema. Naja, sicher. Nämlich eben das, was viele sich nicht zugestehen können, diesen lichtvollen Aspekt oder diese mütterliche Seite. Ja, auch die Rolle des Weiblichen in der Welt. Ja, genau. Und das, wie es dann mich und den Kanal auch betroffen hat kurzfristig. Was wir erzählen, dass dadurch, dass der Name der Göttin mit den vier Buchstaben der Ägyptischen im Titel stand und in der Beschreibung unser Kanal kurzfristig gesperrt war. Weil es halt auch eine Terrororganisation gibt, die so heißt. war eindeutig auch Schattenthema für uns. Es ist ja nicht nur so, dass wir über die Themen reden, sondern uns halt auch damit beschäftigen. Wie gesagt, es ist auch eine Hyper-Sigil, ein groß angelegtes Ritual im Prinzip. Die nächsten Themen werden nur noch Lottogewinne sein und Urlaub in der Karibik. Stimmt, ja genau. Das ist eine gute Idee. Es hat ja auch quasi damit geendet, mit Licht und Liebe, mit auch diesem lichtvollen Aspekt des Schattens. Dann habe ich noch das Interview mit dem André nachgeschickt, weil auch das ein Schattenthema in der Gesellschaft ist. Aber damit ist jetzt das große Metathema Schattenarbeit fürs Erste abgeschlossen, weil es reicht auch irgendwann. Also die Kapazitäten, sich mit Schattenarbeit zu beschäftigen, sind auch begrenzt. Das ist auch ein wichtiger Teil von Schattenarbeit, seine Grenzen zu kennen und zu wissen, jetzt muss man mal wieder auftauchen, sozusagen. Wobei, da bin ich auch gespannt, weil die, das erste Interview im nächsten Jahr wird wahrscheinlich noch ein Schattenthema sein für viele. Ja. Es sind so Nachklänge sozusagen. Aber, ja. Mal schauen, ob es Nachklänge sind. War für dich die Ahnenarbeit so das Zentrale von der Schattenarbeit? oder gab es da noch was anderes? Nein. Ich glaube, die Ahnenarbeit war ein Rahmen, in dem das stattfinden konnte. Okay. Es waren ja so die letzten Jahre so meine persönliche Schattenarbeit. Sehr viel. Sehr viel aufarbeiten und, und, ja. Ja. Nein, es waren andere Themen. Aber im Kontext von, im weitesten Sinne Ahnenarbeiter. Mhm. Ich glaube, für mich sicher die, die Serie The Empire Never Ended Yet auf, auf Patreon war, ist so ein bisschen so die Kulmination meines magischen Weges in den letzten Jahren. Also so das, so ein kleiner Output für die Patreons, wo ich so versuche, die Sachen, meine persönliche Gnosis ein bisschen zusammenzufassen. So ähnlich, wie wir am Anfang gesagt haben, so, dass wenn man über die Magiegeschichte der westlichen Welt und so weiter oder die Grimoires sich da nochmal eintaucht und sich so fokussiert mit einer Thematik auseinandersetzt, dann ist natürlich, dann ordnet das auch das, das aufbereitet, dass man es jemandem präsentieren kann, dann ordnet das nochmal bei einem persönlich ganz viel und das ist für mich so diese The Empire Never Ended Yet Serie, wo ich recht privat über, privat, wo ich über so sehr viele persönliche Gnosis auch rede, wo ich, es hat lange gebraucht, also das hat man mit vielen Sendungen nicht so zufrieden und ich habe gemerkt, dass ich, dass ich deutlich weiter ausholen muss, als ich ursprünglich dachte. Das ist immer so. Naja, eh, und so die letzten, die letzten ein, zwei Sendungen gehen so langsam in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Die wirklich sehr gut waren übrigens. Danke, aber so so ein bisschen mehr magisches Weltbild vermitteln, also ich habe es Magie, Nerd Level 100 genannt. Das muss man auch nicht mehr verstehen alles, oder das ist auch nicht unbedingt als vom Verstand verständlich ausgelegt, sondern es ist ein ja, sehr, sehr tiefes Rumnerden in der Magie, Gnosis. Ja, so ein bisschen mein, mein, mein magisches Fazit oder mein ganz persönlicher magischer Weg, so das Pendant vielleicht zu deiner Magie Schule, die du ja auch immer sehr, sehr strukturiert anlegst, diese Kurse und sehr, sehr durchplans. Methodisch, didaktisch aufbereitet. Bei mir ist es eher das Gegenteil, sondern ich habe ein großes Thema, das mich beschäftigt oder das ich so vage im Kopf habe, suche mir ein paar Bilder raus im Netz und dann versuche ich mehr oder weniger freie Schnauze assoziativ zu reden. Das gelingt mir relativ gut, also ich habe, ich schneide es dann zusammen und ich habe natürlich immer wieder so ein bisschen Gesprächspausen und so, aber so diese, diese wagen Ideen im Kopf, aber das dann zusammenzufassen und das ist so ein bisschen vielleicht meine persönliche Hyper-Sigil, wenn man so will. Und so die, die ich, die letzten Teile habe ich Space Magic genannt, glaube ich. Das ist ein bisschen das, wo ich hin will, also so das Verständnis dafür, dass Erdung, und das ist ja eines der wichtigsten Dinge, die wir momentan brauchen für diese Umwälzungen, die Rückkehr der Magie, die Wiederverzauberung der Welt, wie wir es oft nennen, ist Erdung ein ganz wesentlicher Faktor, aber zur Erdung gehört auch die Rückverbindung mit dem Kosmos. Also das ist nicht nur das sich am unmittelbaren Boden festhalten, sondern dieser Boden, die Erde, Mama Gaia, wie auch immer man sie nennen mag, je nach Traditionen, die schwimmt in dem kosmischen Ozean und den vernachlässigen wir dann doch sehr oft. Und Erdung ist für mich dieses Erde, ja, und die Erde ist eingebettet in ein Sonnensystem, in eine Galaxie und so. Das ist eigentlich noch eine die viel umfangreichere Erdung im Kosmo. Ja, für mich aus, im Einklang mit war von mir so oben und unten oder die das, was man auch in Ägypten oft hatte, dieses Verbinden mit der kosmischen Ordnung. Vor allem, dass das letztlich vielleicht auch tatsächlich kein Unterschied drin besteht. Exakt. So wie du das ja darstellst mit dem Torus, dass das wirklich Innenwelt gleich, Außenwelt ist, wie innen zu außen, dass da kein Widerspruch besteht, dass das tatsächlich das Gleiche ist. Manchmal sogar dasselbe. Ja, richtig. und Erdung, also auch das eine künstliche Trennung ist und wie unten tatsächlich, wie oben ist. Und Magie funktioniert halt meistens in den Grenzbereichen und die Grenzbereiche, die wir momentan haben, sind halt der Kosmos. Und da wundert es mich dann auch nicht, dass ganz viel von dem, was Menschen in veränderten Bewusstseinszuständen wahrnehmen, so die Färbung Weltraum hat, Aliens und Co. Das ist halt da, wo wir gerade stehen. Und an dieser Grenze stehen die Spirits momentan, so die Erde als großes globales Lagerfeuer und dahinter die Dunkelheit. Und das ist der Ort, wo die Spirits stehen. Ja, das ist so die Idee dahinter. Und das ist so für mich so einer der Fokuspunkte oder der, der Kulminationspunkt da wird. Wo willst du noch hin? Mit wie vielen Videos wird es da noch geben? Das kann ich nicht sagen. Das ist schwer zu sagen. Das ist ein kreativer Prozess. Ja, es wird sicher jetzt mal ein Video geben, so ein bisschen zum Afterlife im weitesten Sinne, so aus der ägyptischen Idee, aus magischen Traditionen im weitesten Sinne. Also jetzt, es ist keine Doktorarbeit, die ich da schreibe. aber so ein bisschen die Rolle der Spirits, die Rolle der Spirits in der Zusammen-, oder dieses Paktes der Menschen mit den Spirits und umgekehrt, dass sie sich gegenseitig daran wieder erinnern, an diese kosmischen Einflüsse auch. und auch die Magie-Geschichte des 20. Jahrhunderts, also die Geschichte des 20. Jahrhunderts aus magischer Sicht, die Einflüsse von Crowley und Jack Parsons zu Scientology, dem Remote-Viewing-Programm und die letztlich ja sogar auch auf John Dee wieder zurückgehen und so. Ja, da gibt es einiges. die Dinge ein bisschen natürlich auch den ganzen Lucifer-Aspekt. Also da werde ich vielleicht einigen Dingen vorgreifen, unserer riesengroßen Sendung, die wir immer ankündigen und die machen, weil es einfach noch zu lange braucht. Aber das spielt natürlich auch ganz viel eine Rolle zu der Spirit-Kontakt und Technologie und so ein bisschen auch ein Ausblick in die hoffentlich Utopie. Es überschneidet sich alles mit schon Sachen, die wir irgendwo schon mal besprochen haben, mit Patrons schon mal geklärt. Also es wird so ein Mischmasch werden, aber das ist so ein Vager. Natürlich geht es mir ein bisschen darum, auch die Ideen von C.G. Jung ein bisschen bekannter zu machen, der ja auch von Jungianern oft sehr falsch verstanden wird und wurde. Ja, solche Ideen fließen da gerade rein und schon mein sehr gnostisches Denken in manchen Dingen, auch wenn ich ja durchaus ein Optimist bin. Aber diese gnostischen Ideen sind schon ein großer Teil meiner Magie im Privaten. Fuck you, Matrix. Jein? Es kommt ein vierter Film, gell? Echt, du Scheiße. Ja, mit kleinen Reefs wieder an. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Nein, ich auch nicht. Vielleicht kriegen sie jetzt wieder hin, dass es was wird, aber wir, die meisten Neuauflagen, ja, einfach nur noch scheiße sind. Sense8 habe ich geliebt von ihnen. Das stimmt, ja. Aber, ja. Nein, nicht Fuck you, Matrix. Nein? Nein, ein relativ pragmatischer Umgang mit den Dingen. Love you, Matrix? Nein, weder noch. Ganz anders. Also für alle, die jetzt mehr wissen wollen, werde Patreon-Unterstützer und dann erfahre ich mehr. Ja, nee, aber das war tatsächlich so ein bisschen persönliche Gnosis. Und auf das lege ich auch Wert, das ist meine persönliche Gnosis. Muss man nicht verstehen. Man muss sie auch nicht immer nachvollziehen können. Und das ist explizit, und das Wort zeige ich jetzt ganz bewusst, das ist explizit ein magisches Ritual, an dem man da teilnimmt. Vorwarnung. Aber es nimmt schon Anleihen ein bisschen an die Invisibles auch. Grant Morrissons Idee von There's Only Ever One Revolution, Philipp K. Dick, das Black Iron Prison und Co. Ich meine, das begleitet uns ja wirklich seit dem Beginn der Weiße Button. Wohin führt uns der Weiße Button? Wie geht es 2020 weiter? Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt so dieses... Wir haben ja angekündigt, bisher war Fundamentlegen, bisher war Ritualvorbereitung. Ja, und wie das mit Ritualen oft zu hieß, man weiß nicht, was passiert. Nein, jetzt können wir anfangen. Jetzt haben wir ein Fundament gelegt. Ich weiß jetzt nicht genau, was passieren wird. Wir haben natürlich Ideen und so weiter. Aber ich persönlich bin ja als Chaos-Magier sehr Freund von sehr freien Ritualen. Sprich, eine grobe Intention haben, in einen magischen Raum die Intention reinwerfen und schauen, was entsteht. So on the fly ein bisschen. Aber die Intention ist da. Ja, dieses Hineingehen in den Wald und den Bereich ausleuchten, den wir ausleuchten können und ein Gefühl dessen, wo es uns hinzieht, wo wir sicher nicht die Einzigen sind, die darauf zugehen. Das ist da. Was uns auf diesem Weg begegnen wird oder was da auftaucht, das können wir jetzt natürlich noch nicht. Wenn ich mir vor einem Jahr denke, wie wir da gesessen sind mit diesem hervorragenden Whisky, wenn man uns da erzählt hätte, was innerhalb eines Jahres da nur passiert ist, undenkbar eigentlich. Und ich habe das Gefühl, dass das noch an Fahrt aufnehmen wird. Ja, das ist ja das, warum wir solche Sendungen gemacht haben wie How to Survival, Strange Times Survival Tip. Ich fand den Ausdruck, wir haben es ja was. Weirdmageddon. Weirdmageddon. Und kam es dann von Tarek? Weirdpocalypse? Weirdokalypse, ja. Weirdpocalypse. Also Weirdmageddon ist eine Anspielung auf die geniale Zeichentrickserie Gravity Falls. Da endet es damit. Aber ja, die Zeiten werden wieder. Und ich glaube, wenn wir in einem Jahr den Rückblick auf 2020 machen, bin ich gespannt. Hallo, zukünftige Ichs. Erzählt uns doch. Kauft Bitcoins. Nein, aber so vom, da bin ich jetzt auch gespannt. Also wir gehen ja jetzt so ein bisschen in die Winterpause. So in Kooperationszeit. Das ist ja auch für mich ganz wichtig, habe ich im Rum und Reflexion schon angekündigt. Dass mir momentan so ein bisschen die Zeit fehlt für Magie im Alltag. Da werden wir vielleicht mittelfristig was ändern müssen. So vielleicht ein bisschen den Takt reduzieren. Weil aufhören will ich auf keinen Fall mit Reich und Stark, aber vielleicht auch ein bisschen ein neues Format reinbringen. Oder müssen wir halt schauen, wie wir das dann tun. Vielleicht eine lustige Geschichte noch, die jetzt, ich war jetzt in Wien, mal wieder in so meine charosmagischen Kreise eintauchen. Da habe ich wieder gemerkt, wie sehr mir das dann doch wieder fehlt. Liebe Freunde, seit vielen Jahren, die durch seltsame Umstände an einen magischen Dolch geraten sind, an einen Chris, Chris-Dolch, sind so diese balinesisch-indonesischen geflammten Klingen. Genau, so gebogene Klingen. Das sind dort, also an einen echten, nicht an so einem touristischen Scheiß, das sind dort so ein bisschen so etwas Ähnliches, im weitesten Sinne wie Triaden, also belebte Dolche, die dann ein Geist in den Hölzern wohnen. Die Lebenshölzer meinst du? Die Triaden sind die Wesen, die in den Hölzern wohnen. Ja, ja. Das Thema, meine, wie diese ganze Triaden-Thematik, sind, die Dolche werden von einer bestimmten Gilde hergestellt oder von Gilden oder Strömungen dort magisch aufbereitet und das sind, die kannst du, diese Dolche kannst du auf die Spitze stellen und sie stehen. Also du kannst den Dolch hinstellen. Die sind so perfekt ausbalanciert. Ja, man muss natürlich ein bisschen das Gleichgewicht finden, das ist schon, die fallen jetzt nicht automatisch auf die Spitze, aber die stehen einfach. Haben die so einen Schwerpunkt vorne an der Spitze? Nein, nein, das ist ein ganz dünner Spitz. Die kannst du so ausbalancieren, dass sie stehen. Cool. Traditionell werden sie noch an die Scheide angelehnt, dann geht es ein bisschen leichter, aber auch nicht. Und das sind, das sind so magische, magischer Schutz und für Familien, die sind auch relativ teuer mitunter und sehr, also sind dort wirklich heilige Gegenstände. Ich weiß, Gerald Gardner, der Gründer von Wicker, der hat ja Zeit lang dort gelebt und war auch ein Experte, was das ist der Plural von Krise betrifft. Und eine liebe Freundin von uns hat dann diesen Dolch genommen und wollte ihn dann auch auf der Spitze balancieren und hat ihn halt so mit einem Finger am Griff oben gehalten und versucht, diesen Schwerpunkt zu finden, diesen Balancepunkt. und plötzlich hat sich der Dolch eingerollt. Also die Klinge. Die Klinge, die Spitze, also der erste Zentimeter ist wie Gummi geworden, hat sich eingerollt und wir sind alle sehr verdutzt zu dem gesessen, weil der, der den Dolch, also der hat die Geschichte gerade erzählt, wie sie zu dem Dolch gekommen sind und das ist ein Dolch, wo man, dem man magisch, ist es bekannt, dass die manchmal tanzen. Also die stellst du auf die Spitze und dann beginnen sie sich zu bewegen und im Kreis herumzukreiseln und so weiter. Balinesische und indonesische Magie ist sowieso sehr gut. Das ist sehr speziell, ja. Und als er diese Geschichte erzählt, knickt die Spitze ein und beginnt sich einzurollen unten und er hat sie dann mit sehr viel Mühe, ich meine, das ist halt Stahl, oder? Also mit einer Zange? Nein, nein, weil die ist ja auch da vorne sehr empfindlich. Ja, also das kann man relativ leicht abbrechen potenziell, also dann mit Mühe und Not so eine halbe Stunde lang, er ist recht gut, also Schmitte, technisch begrabt und hat das dann wieder... Hat das extra erhitzt noch? Nein, es ließ sich irgendwie ganz vorsichtig Gemüse irgendwie biegen. Ich weiß noch nicht, ob es ganz optimal wieder hergestellt ist oder ob er dann nochmal mit das erhitzen muss und dann nochmal drüber gehen muss, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich so, nur mit einem Finger halten und plötzlich knickt vorne und jetzt natürlich könnte man sagen, da ist kein Druck rausgeübt worden. Nein, selbst wenn du da Druck ausübst auf einen Stahlspiel, das ist kein Blech, das ist Stahl. Das bohrt sich in den Holzboden ein oder ich versuche eine Gabel drauf zu drücken, die rollt sich ja nicht ein, sondern die knickt an der Schwachstelle, aber rollt sich nicht ein. Entweder an der Schwachstelle oder macht halt Löcher im Holz oder so, aber die beginnt sich nicht so einzuholen. Das war richtig lustig. Wie habt ihr das interpretiert? Gar nicht. Wir haben einfach da nebengestellt und gesagt, okay, er wollte halt zeigen, was er kann, der Dolch. das war halt so ein spannend, so ein gutes Zeichen. Ich habe es als gutes Omen gedeutet, so ein, ja, ich sollte wieder mehr Magie Löffel biegen. Ja, du brechst ja immer ab. Ja, vielleicht auch mal Sand. Ja. Weirder Shit für seine Magie. Aber du hast das jetzt nicht als Omen für 2020 genommen. Nein, das war einfach so. Ach so, wie man bei 2020, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber es war schon unmittelbar, mal wieder bei sowas dabei zu sein, bei so einem Hast du dir ja auch gewünscht, bei so einem wieder ein bisschen mehr Weird Shit. Das war ein guter Einstieg. Ja. Ich glaube, dann ist das hiermit unser Ausstieg aus diesem Jahr 2019 und aus einem, ja wirklich, wie gesagt, extrem dichten, abwechslungsreichen, arbeitsreichen und von Grund auf umkrempelnden, ja. Ja, bin ich gespannt, was so die heranrollende Welle für, genau, jetzt habe ich den fahren wieder. Wie gesagt, wir haben ja ein bisschen diese Sendung am Strange Times Survival Kit gemacht, für die Zeit. Ja, die Welle, die da jetzt anrollt, wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir haben ja auch in der Patreon-Konferenz jetzt ein bisschen darüber geredet, über so Zeitqualität und das ist, wie schwer es ist, das zu deuten, dieses, manche dieser Bilder oder manche dieser, dieses, irgendwas liegt in der Luft und irgendwas ist da gerade im Anrollen. Keine Ahnung. Ich glaube, der wichtigste Punkt daran ist, es ist eben irgendwas und wir können mitbestimmen, was es ist. Wir sind dem nicht ausgeliefert, sondern wir gestalten es mit. Deswegen sind wir Magier. Mit wir meine ich, genau. Nicht nur uns beide, sondern alle, die das jetzt hören und Freude haben, an einer lebenswerteren Welt mitzuarbeiten. Und eben, nochmal, das ist ganz wichtig, dafür muss man nicht große Rituale machen, sondern im Kleinen beitragen, in der Gemeinschaft, lokal mit Menschen, was kann man selber beitragen und wenn das ist, keine Ahnung, ich mache halt jetzt Permakultur oder so oder ich helfe Menschen in meinem Umfeld, keine Ahnung, beim Babysitten oder was auch immer, man beitragen kann zur Vernetzung, zum analogen Zusammenkommen und Gemeinschaften bilden und Menschen unterstützen, du nennst sie immer so, diese Small Random Acts of Kindness, die kleinen Mutual Flourishing, wie Gordon White das sagt, möge es allen möglichst gut gehen und alles, was ich dazu beitragen kann, mache ich, aus freiem Herzen und halt im Rahmen der Möglichkeiten natürlich auch und das ist glaube ich so eine schöne Botschaft am Ende des Jahres so vielleicht wenn das Motto des letzten Jahres war, seid's nicht deppert seid's lieb zueinander und ein schönes Schlusswort, wir haben es ja mit den Ausstiegen, ein gutes Ziel für das Jahr 2020, wir lernen das mit den Ausstiegen ein bisschen besser, in diesem Sinne freuen wir uns wie immer über eure Likes und Kommentare genau, empfehle es uns weiter die Sendungen, die wir erwähnt haben alle kann ich nicht einblenden, man darf, man kann maximal fünf einblenden, glaube ich, ja und vor allem die werden auch nur am Desktop angezeigt, wenn das jemand am Mobilgerät anhört, wird es sowieso nicht beziehungsweise auch die werden eh nur gehört, da sehen die meisten eh nicht hin, wenn ich was einblende, genau, aber okay, ich traue euch in der Eigenverantwortung zu, dass ihr unser Archiv durchsucht, aber man hat unsere Facebook-Seite, die funktioniert nicht mehr, die ist abgeschaltet worden, weil Facebook und weil komische Sachen und weil Facebook die Antwort gibt, wir geben euch keine Antwort, die Gruppe gibt, aber die Seite, über die uns viele Leute immer wieder angeschrieben haben, die funktioniert nicht mehr, das ist jetzt einfach so und das ist uns einfach gerade egal, also da ist der Aufwand, die Seite wieder irgendwie potenziell vielleicht möglicherweise unter Umständen Facebook-Richtlinien jonglieren, die das einfach Wenn jemand uns lieb hat und sich Facebook und juristisch auskennt, dann freuen wir uns über Unterstützung, aber es ist uns gerade einfach nicht wert, den Energieaufwand zu betreiben. Aber man kann uns dadurch halt einfach nicht auf der Facebook-Seite Nachrichten schicken, das ist einfach so, also dann unser Kontaktformular benutzen oder in unserer Facebook-Gruppe oder Also Kontaktformular auf reicher und stark.at. Genau, auf unserer Homepage oder in unserer Facebook-Gruppe kann man Lasst es euch gut gehen, wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr, Mitte Januar, voraussichtlich wieder sehen mit hochintensiven Sendungen einem großartigen lieben Gast. Bis dorthin, schönen Jahreswechsel. Also es wird eine Weihnachts-, also eine Winterpause geben jetzt bis Mitte Januar. Ja. Gutes Surfen auf der Welle. Ja. Die Welt ist magisch. Habe die Ehre. Bis bald. Sie hörten eine Produktion der Edition Prequel und der Edition Gvidion. Titelsong aus dem Soundtrack zu Panthereon. Lyrics Jörg Vogeltanz. Musik Christian Gschir. Text gesprochen von Dionysia Caridis. Mehr Mysterien, Mindfuck und Magie unter reicher und stark auf YouTube und auf www.reicher und stark aktiv Musik Musik